Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Aber es ist immer noch einer oben. Nein. Es ist immer noch einer oben, doch! Nicht, aber ich kann es auch nicht auslesen. Aber ich habe eine Panzerfaust, die da hinten drin ist. Nimm du auch noch eine mit, wenn der Ladebiken fertig ist. Deck da auch noch eine Panzerfaust ein. Oder? Ja, siehst du das hinten drauf auf dem Auto? Ach so. Wenn das voll ist, kannst du dir eine Panzerfaust snacken. Also jetzt. Nein! Wie? Der hat doch gar nicht auf mich geschossen. Naja, ich weiß. Jetzt hat er auch nicht geschossen. Habst du gar gesehen von wo? Ich habe O2 angecatcht, aber richtig hart. Halb sogar. Halb von der Hälfte. Ich habe einen verwundet mit der Panzerfaust. Warum habe ich jemanden mit der Panzerfaust verwundet? Wo haben sie denn? Du musst echt da unten sein, Alter. Ja, aber richtig. Wenn der Panzer... Uah! Also drüben. Ja, ich werde gehatchert. Ja, ich werde gehatchert. Ja, ich leider. Jetzt verlieren wir sogar B2, Jungs. Ihr solltet mal da... Okay, wir haben es wieder. Binder, Binder, Binder. Ich... Alter, ich werde... Ich wollen mal wieder ein Auto. Da schau, kannst einsteigen. Ja, dann wasche durch nach O2, das kann man catcher, aber der Fahrt... Was? Nein! Nicht erwischt. Genau, ist klar. Sven! Ja... Wir waren geschossen von dem Panzer. Ja, eben! Er hilft mir mal vor. Oh, servus. Oh je. Nicht mal fahre ich. Ey, der steht wieder richtig rum, oder? Nein! Aber der Panzer steht da von sich, wenn lieber. Und ich öffne Kanate in das Haus rein. Wo steht der Dreckspanzer? Boah, ich wurde schon wieder von irgendjemand vom Arsch der Welt mit dem Gewehr erschossen. Oh, ich auch. Der Schreiskäfer, so ein Fahrzeug. Moment, zwei Sekunden. Oh, Mann! Warte mal, Schiebistole dahinten. Dahinten ist schon wieder ein Panzer hinter uns am Spawn. Ja, jetzt haben wir B2 verloren. Geil! Gib Gummi! Warte! Für uns zu spät. Für uns zu spät. Weißt du, dass es ein bisschen zu schnell ist? Nein, ich hab' gepackt. Hast du es nicht gesehen? Dass wir gleich abhauen können. Ich würde vom Maxis abgeschossen. Ich hab' ihn verwundet. Der hockt oben. Ich hab' gesehen das. Der ist hinten runter. Der ist hinten runter. Jetzt bin ich hier die Treppe. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Aber es ist immer noch einer oben. Nein. Es ist immer noch einer oben. Doch! Boah! Jetzt muss ich überfahren. Ich lade natürlich nach. Ich hab' ihn, ich hab' ihn. Ich hab' natürlich nachladen müssen. Du tot? Auch. Aber ich hab' ihn. Markus, wo wüsste? Und natürlich hat er die Kreese gar nicht. Darum hat er tot und jetzt bin ich wieder gespawnt. Und jetzt hab' ich direkt ihre Granate in die Fresse bekommen. Ich wurde überfahren, alter. Nee, eine Panzerfaust-Futur war das. Das ist, was wäre ähnlich. Mit Granate. Alte B1-Cat. Ich hab' schon die Wichser. Warum hab' ich schon wieder ein Fahrzeug? Geht nicht, weil ich B2 hab. Okay. Ja, jetzt. Oh, 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 oh. Warum schießt schon wieder einer? Okay, der wurde weggesprengt von irgendeinem Panzer. Ich hab' Panzerunterstützung, das ist nützlich. Wie hupt man? Mit Linksklick. Wenn du Fahrer bist. Futur, bleib' ich stehen. Kann ich stehen bleiben. Ja, ja. Aber geh' ich in die Watt fahren. Ja, so bleib' man auch stehen. Das Ding braucht ewig, bis das anspringt. Da könntest du kotzen, ne? Klapp' den Punkt. 145 Erfahrungspunkte, Leute. Oh yeah. Jetzt schließe ich das Fahrzeug hier aus. Ein Viertel Tonner. Ah, da hinten ist auch... Alter, so ein Dreckstein. Du bist so... Dreh dich, dreh dich. Dreh dich, komm Schnucki, dreh dich. Es sind wieder welche bei B3, ich hab' sie da drin laufen sehen. Die sind schon im Wald dazwischen. Ja, und in B3 sind auch noch welche drin. Der Wald dazwischen ist mir egal, ich war mit dem Fahrzeug nicht. Dreh dich hier inzwischen und drin in B3 rein. Und den überfahre ich. Komm schon. Nein, ich überfahre ihn nicht, wenn ein scheiß Stein da ist. Der verhindert, dass ich ihn überfahren kann. Die Steiner sind brutal gefährlich. Die sind schlimmer als Min oder so. Ich hab' noch mal einen weggeholt. Hotdog02. Aber dann bin ich auch gestorben. Mach' er hüben. Soll' euch mal ab, okay? Ja, wir liegen hier und machen den Wald sauber, was nicht so wichtig ist. Sag' er. Fuck. Fass durch die Wand. Ist klar. Ja, Grease Gun von irgendwo Arsch der Weltalter. Möbel kaufen. Im Arsch der Welt. Ja. Ich hab' ihn. Danke Sven. Schön gegen. Futterzweck ist, wenn er zwengedillt. Äh, warte mal. Schön gegen. Futterzweck ist, wenn er zwengedillt. Schön gegen M3. So eine Kanone hatte ich nicht mal. Ja. Ja. Ja, jetzt wieder ausreden so. Und hat eine 37 M42 irgendwas getötet, glaube ich. Ja. Oder irgendwie sowas ähnliches. So ne Waffe hab' ich nicht. Ich hab' ne Maschinenpistole. Und mein Fahrzeug hat auch nicht so ne Waffe drauf. Ich fahre uns wieder ein Fahrzeug. Kannst du alleine fahren. Okay. Bin er der einzige, der bisher von uns Punkte her gecaptured hat, ne? Was hat er einmal im Punkt gecaptured? Nein, ich hab' B3 schon gecaptured. Ich hab' B3 schon gecaptured. Ah, stimmt, da war Markus dabei. Sorry. Futter hat noch nichts gemacht. Aber hast du nicht gecaptured? Dann hab' ich gecaptured. Ich war, ich hab' auch nicht gecaptured am Schluss. Jaaaa. Ich hab' B2 gecaptured einmal. Ich hab' B2-3, zweimal gecaptured und B3 einmal. Alter Junge, was da abgeht. Boah, der Panzer, der regt mich auch auf. Es leckt einfach durch den scheiß Panzer, der die ganze Zeit alles um mich rum zum explodieren bringt. Das verbindet der Panzer. Und, weißt du was? Weißt du was? Scheiß, geil. Achtung, oben ist einer, ne? Wo? Oben? Oben im... Fuckin' Dach, Mann! Ja, okay, ist noch nicht. Scheiß-Massil-Pistole, Alter. 500 Meter und ich darf' auch keinen Schuss mit dem Scheiß-Gewehr. Soll ich sehen? Soll ich da... Hab' 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 ich da... Komm schon, jetzt muss es einfach passen. Uh, da wird geschossen. Ja, es kommt noch keiner. Also, ich hab' die Tür im Blick. Ich glaub' die sind nicht so begeistert, dass wir B3 nehmen. Könnt' sein. Möglicherweise. Vielleicht find' das aber auch cool, dass das Spiel weitergeht. Oh! Oh! Da schießt ein Panzer auf uns. Ja. Mich hat's gekillt. Ah, wir haben den Punkt. Das heißt, du kannst es jetzt vornehmen. Ja, ja. Da sind wir dabei. Da hinten im Feld war irgendwo einer. Oh, und ein Panzer schießt schon wieder auf uns. Oh, da unten sieht sie. Kann ich mal hingehen. Ja, hab' ihn. Ja, hab' ihn. Das ist glaub' ich mehrere. Ist einer. Ist egal, einen hab' ich. Oh, Tag! Wer viel mehr zurückgezogen? Perfil, ja. Ja, Markus, bist du von mir? Gut. Ja, 800. Das ist ein Panzerleute. Ja, ich höre auch einen. Der muss hinter der Kugel ist. Ich hab' ihn markieren. Ich mach' ihn markieren. Ich hab' ihn markiert. Super. Und ich lauf' jetzt um ihn rum und lenke ihn ab und so weiter hoch geht's. Oh, Mann! Man treffe mich immer mit jedem Schuss, aber... Ich seh' nicht. Vergehen. Ja, danke für's Motorrad. Also ich muss jetzt anlocken. Ey, B3 ist angriffbar oder so. Ist angriffbar. Da ist Franklin drin. Franklin macht das. Frankenstein, keine Ahnung. Ey, dieser scheiß Panzer, ne? Das Faginator, aber okay. Pssst. Futo, was machst du da? Ich will das Motorrad. Ich fahr' gern Motorrad. So. Weißt schon, dass du eine Vorti in der Riesenarmee ist von den Leuten? Egal, ich hab' Motorrad. Siehst du, jetzt hab' ich Motorrad. Ja, warte. Er wird doch mal stehen. Was? Ja, hallo. Ich hab' ihn von der Distanz mehrmals auf'n Kopf geschossen. Ja, das stirbst halt alleine. Wo bist du denn? Ich kann doch nicht anhalten mit dem Dinger. Da ist er noch. Ich hole dich ab. Weil ihr seid ja unfähig. Ich hab' ihn geholt. Ich hab' auch eingeholt. Ja, Mann. Das ist T-Play. Da ist noch ein... Markus, das ist noch Motorrad. Hol' das Motorrad. Hol' das Motorrad. Ich hab' ein Auto, hier braucht' kein Motorrad. Hol' das Motorrad. Der Üben ist ein Panzer, ne? Ja, viel Spaß mit deinem Motorrad. Mein Auto überlebt nicht. Dein Auto, äh, dein Motorrad nicht. Soll' ihr einsteigen? Oh, da rechts, 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 rechts. Das ist gut und du bist tot. Ja, rechts. Links, rechts und links. Ihr seid in der Zanne. Ich hab' gerade einen weggeschrutet mit einem neuen Weapon. Oh, fuck. Ich hab' ihn zum Beispiel weggeholt. Mit einem Zielfernrohr. So nix, äh. Oh, ich auch. Nein, ich wurde von einer anderen Waffe mit einem Kopfschluss weggeholt. Ah, ne, es war auch einer mit Zielfernrohr, aber hat mir einen Hatter gegeben. Komm schon, wir schaffen es O2 zu Caption. Nein, schaffen wir ihn nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. um